Die KI-Revolution ist im vollen Gange. Wir haben uns jetzt immer wieder die Frage gestellt, was sind für Privatanleger eigentlich gute Investments, außer Nvidia, Meta, Google und Co., wo es schon schwer absehbar ist, ob die Aktien so dermaßen gehypt sind, ob man da überhaupt noch gute Renditen erzielen kann. Wir haben es erlebt, mit Tesla als E-Mobilität natürlich aufkam durch diesen Wert, dann ging die Aktie nur nach oben, sie kannte die eine Richtung, trotz Short-Seller oder gerade deswegen. Und schließlich hat es einige Anleger heftig erwischt, weil sie auf eine sehr stark überbewährte Aktie eingehen wollen. Die Frage ist, können wir trotz dieser Anormalitäten, trotz dieser Übertreibung am Aktienmarkt Geld verdienen? Und ich möchte euch auch zeigen, wie das bei Alphastar tatsächlich passiert. Wenn wir uns KI momentan anschauen, dann sehen wir, dass sie die Arbeitswelt grundlegend revolutioniert. Es werden Geschäftsmodelle ersetzt, ausgetauscht, in Bewegung gebracht, die bevor nicht berührt wurden. Die International Hochschule IU sagt, dass momentan 18,5% der Unternehmen Chatschipiti, Gemini und Co. einsetzen oder es zumindest planen. Vor einem halben Jahr etwa waren wir bei 16,5%, die es tatsächlich nutzen. Also die Studien sind etwas abweichend voneinander. Allerdings zeigt sich das ja, wie etwa 20% und sicherlich Richtung Mitte des Jahres 25% der Unternehmen sich mit generativer KI wie Chatschipiti und Co. identifizieren wollen. Da können wir natürlich profitieren. Und die Relevanz wird deutlich, wenn wir uns schauen, dass die Erfindung des Internets schon stark war, allerdings lange brauchte, bis sie monetarisiert wurde. Mit Tools wie Chatschipiti und Co. werden bereits Milliarden Umsätze erzielt ab dem ersten Tag und enorme Einsparungen und Kosteneffizienzen bereitet. Und genau das ist der Punkt, wo wir hellhörig werden sollten. Wir als Investoren sollten solche Megatrends nicht verpassen, die auch noch, anders als auch in der 2000er Bubble, profitabel sind. Das Kernproblem dabei ist, dass Chatschipiti und Co. traditionelle Geschäftsmodelle komplett brach und bloß stellen kann. Es kann also sein, dass einzelne Tätigkeiten, vor allem schreibende Tätigkeiten, da ist es offensichtlich, Kundenservice und ähnliche Bereiche, komplett ersetzt werden könnten, sobald die Sprachmodelle richtig genutzt werden. Die Burggraben, die sich unternehmen, vielleicht durch einen guten Kundenservice, durch einen schnellen Feedback, durch einen guten Draht zum Kunden aufgebaut haben, könnten mit einem Schlag ersetzt werden. Burggraben ist für uns als Investoren eine der klassischsten Argumente für den Erfolg eines Geschäftsmodells. Wenn der Wettbewerber nicht rankommt, weil man so gut im Vorsprung ist, dann ist man stabil. Aber Chatschipiti und Co. zerstört diesen Vorsprung für viele Unternehmen und schafft natürlich auch neue Chancen für andere. Und deswegen sollten wir natürlich darauf achten, eventuell hier was zu tun. Allerdings sei auch gesagt, dass die Stimmen auch immer wieder laut werden, die sagen, ich weiß nicht, es ist ein Riesenproblem im Bereich Datenschutz. Wie viele Daten kann ich aus meinem Unternehmen abgeben? Personendaten vor allen Dingen. Was ist, wenn an einem Chat persönliche Daten übermittelt werden und mein Unternehmen diese nun verarbeitet? Hier braucht es clevere Lösungen, wie man damit umgehen kann. Und das Risiko besteht natürlich trotzdem. Vor allen Dingen das Risiko, dass wir einen Fachkräftemangel, den wir momentan sehen, in einem Komplettwandel, in einen neuen Fachkräftemangel umwandeln. Vielleicht sind einzelne Tätigkeiten, wo wir heute keine Personalien finden, ersetzt durch ChatGPT. Andere Tätigkeiten wiederum kommen auf. Wer bedient diese Tools? Wer steuert sie? Wer kann die richtigen Fragen stellen, um später auch mit ChatGPT die richtigen Antworten zu halten? Und genau an der Stelle freue ich mich, dass wir die Chance hatten, bei Alphastar in der Abteilung Innovationsanalyse jetzt über ein Jahr uns diese Trends bei Unternehmen in der Region anzuschauen. Es ist offensichtlich zu erkennen, dass es nicht so schnell vorangeht, wie es der ein oder andere erwarten mag. Wir haben also in unserer Region, zumindest bei mittelständischen Unternehmen, trotz teilweise intensivem Einsatzes von ChatGPT oder gerade deswegen keine Personalauflösung oder Entlassung gesehen, sondern wir haben gesehen, dass vor allen Dingen die Qualität steigert. Es hat auch eine Studie gezeigt, die gerade erst durchgeführt wurde von MIT in Kooperation mit der Boston Consulting Group, dass die dortigen Mitarbeiter im Einsatz von solchen Sprachmodellen, von generativer KI, nicht nur um 25% schneller wurden, sondern auch um 40% besser. Die Qualitätsziele des Unternehmens wurden deutlich überschritten und die Kunden könnten im Einsatz mit generativer KI einfach zufriedener sein und mehr Werte generieren. Das schafft wahrscheinlich eine gute Chance für uns als Investoren irgendwo einzusteigen, wenn wir sehen, dass ohne große Risiken unter Umständen in der Struktur, wie wir Mitarbeiter einsetzen, mehr Ergebnisse und hochwertigere Ergebnisse erzielt werden können. Wir sind also hier vielleicht auf einem Weg, die Effizienz in einem Unternehmen zu revolutionieren. Und darum sollten wir den ersten Schritt gehen, um herauszufinden, welche Unternehmen nun davon besonders profitieren. Nun schauen wir uns diese schrittweisen Punkte an, wie Unternehmen vorgehen. Wir beobachten, dass also erstmal die Akzeptanz in Unternehmen dafür geschlossen werden muss. Es zieht sich also alles etwas hin und das bedeutet aber auch, dass wir nicht alle Chancen verpasst haben. Es ist so, dass Stück für Stück in verschiedenen Abteilungen in der Regel einzelne Anwendungen ausprobiert wird, wo man sich unterstützen lassen kann. Aber es ist definitiv nicht so, dass mit einem Schlag das gesamte Unternehmen transformiert und revolutioniert wird. Tatsächlich sind vor allen Dingen alt aufgestellte, langsame, trägere Unternehmen wie größere Konzerne etwas hintendran. Wir wissen es von dem einen oder anderen größeren Konzern, dass sie da wiederum schnell sind. Aber im Schnitt kann man sehen, auf einer Breite Tools wie Chetche-BT durchzuführen oder durchzusetzen im Unternehmen ist nicht besonders einfach, auch wenn sie nun mit Co-Pilot direkt in Microsoft integriert sind. Aber diese langsamen Bewegungen, die wir haben, geben jetzt die Chance nochmal ganz in Ruhe drauf zu schauen, wer sind die Gewinner und auf wen können wir jetzt setzen, wenn wir ins Investment gehen. In unserem Aktienfonds müssen wir bei dem Investment immer Chancen und Risiken beurteilen. Das heißt, wir müssen natürlich gucken, welche Unternehmen, welche Art von Unternehmen sind genau betroffen, welche Berufsfelder, welche Bereiche, welche Kooperationen sind hier besonders wertvoll und wo wird nicht nur Geld eingespart, und das ist eine typisch deutsche Denke, dass wir mit Chetche-BT Geld einsparen wollen, effizienter werden sollen, sondern vor allen Dingen, wo werden Prozesse so verbessert und auch neue Ideen kreiert, dass wir echte Innovationen schaffen. Tatsächlich wird Chetche-BT momentan in Deutschland nur zu 30% für innovative Zwecke eingesetzt und 50% zum Kostensparen. In Amerika ist es genau andersrum. Da sollten wir drauf schauen, dass es hier vielleicht noch einen gewissen Aufholbedarf gibt und dass deswegen vielleicht aber auch hier in Deutschland das Investment noch eine Chance hat, weil Effizienzsteigerungen werden später zu mehr Gewinn führen und diese Gewinnsteigerungen schließlich auch zu steigenden Aktien. Wenn wir die Aktien finden, bei denen das noch nicht geschehen ist, während die anderen im Wert schon stark gestiegen sind, dann haben wir das Potenzial, zumindest einen Teil davon aufzuholen und zwar vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle rasant aufzuholen. Die Frage, die wir uns also stellen sollten an der Stelle, wer profitiert vom KI-Trend jetzt am meisten? Ohne überteuerte Technologieaktien wie NVIDIA ins Spiel zu nehmen, weil ich nicht beurteilen kann, ob der aktuelle Kurs gerechtfertigt ist, zu hoch ist oder nicht. Es kann sein, dass NVIDIA sich noch verzehnfacht, weil die Aktie so stark ist und das Unternehmen so stark ist, aber es kann eben auch sein, dass die Bewertung auf dem aktuellen Niveau viel zu hoch ist. Das zu bewerten wäre nur anhand von Multiplikatoren über das Wachstum der nächsten Jahre möglich. Eine fundamentale Bewertung bei einem solchen Wachstumsunternehmen momentan bleibt eigentlich nahezu aus. Wir als Analysten tun uns also das schwer, eine Meinung zu treffen, was jetzt eine solche Einzelaktie angeht. Aber wir sehen, dass überbewertete Aktien für uns keine Strategie sind. Wir suchen die Hidden Player, die Perlen, die versteckt sind, in die wir dann investieren können. Also ist der Schlüssel zur Identifikation von erfolgreichen Unternehmen, die, die vielleicht nebenan profitieren. Und eine Sache hatten wir immer wieder erwähnt, nämlich den Ansatz, dass zum Beispiel ein Fachkräftemangel aufgelöst werden soll, zumindest, dass sich Fähigkeiten ändern. Während wir vorher sehr linear denken mussten in vielen Arbeitsprozessen, die Chachibiti jetzt ersetzt, brauchen wir Menschen, die komplexere Zusammenhänge verstehen und diese Denkweise muss gelernt werden. Und sehr passend dafür sind zum Beispiel IT-Umschulungen. Alle Unternehmen, die momentan solche Umschulungen anbieten, könnten enorme Profitiere des KI-Trends sein. Diese Unternehmen machen es möglich, durch Schulungen die Denkweise von Mitarbeitern zu ändern, um dadurch neue Fachkräfte zu generieren, die genau die Denkweise von KI verstehen könnten. Deswegen stellt sich für uns ganz klar die Möglichkeit ein, die Implementierung als KI nicht direkt zu betrachten. Also nicht, wer ist der, der KI baut, nicht wer ist der, der Chips baut, sondern vielleicht noch eine Stufe weiter zu denken. Und genau da denke ich zum Beispiel auch an eben nicht mal den Hersteller des Chips, sondern beim Bau einer Chip-Fabrik. Was brauche ich dann auf jeden Fall? Verschiedene Einzelteile, die hochspezialisiert sind. Und wenn wir uns da an der Börse umschauen, sehe ich in den Alphastar-Depots zum Beispiel die VAT. Die VAT, ein Unternehmen, was Vakuumventile herstellt, ist also hier mit einem Mikroanteil, also einer solchen Milliarden-Fabrik beteiligt. Wer aber die höchste Qualität an Vakuumventilen braucht, um Reinräume für die Chip-Fabrik oder Chip-Produktion herzustellen, der wird auf dieses Unternehmen zurückgreifen. Das heißt, die paar tausend Euro sind im Gesamtaufwand so unbedeutend, dass auch der Hersteller VAT wiederum eine gewisse Preissetzungsmacht hat und hier sein Angebot sehr erfolgreich durchsetzen kann. Eine solche Strategie zu wählen, nicht den Profiteur, nicht den indirekten Profiteur, sondern den Profiteur des indirekten Profiteurs auszuwählen, wäre eine solche Strategie, die ich unbedingt empfehlen würde, in solchen Hypes, die völlig überzogen sind, zu nutzen. Und wir sehen immer wieder, dass im Nachgang, wenn der Bedarf an neuen Kapazitäten von Servern, Energie und eben auch der Lieferung von Chips, wenn dieser Bedarf immer weiter steigt, dann werden wir Profiteure haben, die in diesem Rahmen mitproduzieren. So wie vielleicht bei Elektroautos, wo es super schwer festzustellen ist, ist jetzt Tesla die Nummer 1 langfristig, ist es VW oder irgendein chinesischer Anbieter. Fakt ist, jeder, der schnell beschleunigen will, braucht eine gewisse Zwischentechnologie, zum Beispiel an den Batterien, die das ermöglicht. Der Hersteller einer solchen Zwischentechnologie, einer solchen Schnittstelle, wird bei jedem Anbieter eingebaut, weil wir da den Besten wollen. Und der Preis für dieses Teilverhältnis zum gesamten Fahrzeug super gering sein wird. Also suchen wir nicht die Gewinner, die da sind, sondern die, die nebenan zu sehen sind. Gleichzeitig möchte ich aber auch im Portfolio darauf aufmerksam machen, dass es klare Verlierer gibt. Unternehmen, die einen bisherigen Burggraben hatten, der von Chatschipiti eingerissen wird. Achte da also ganz genau drauf, welches Unternehmen eine solche lineare Prozesskultur hat und ob große Teile dieses Geschäfts davon ersetzt werden können. Und zwar so, dass nicht nur Effizienzsteigerungen da sind, sondern dass auch ein Wettbewerb eingreifen kann. Und unterscheide dabei aber. Wir reden zum einen von Chatschipiti, ein Tool, was für 25, 30 Euro jeder Mensch nutzen kann. Auf der anderen Seite ist das klassische KI weiterhin ein stabiler Burggraben. Hier wird ein Unternehmen durch viele Daten, die gesammelt werden, die normiert werden, die getrainiert werden, mit eigenem Wissen voranbringen und dann mit einem recht hohen Budget in der Regel eine KI aufbauen. Diese klassischen Machine Learning Modelle, die hier verwendet werden, bleiben innerhalb des Unternehmens und schaffen einen Vorsprung vor anderen Unternehmen, der wertvoll sein kann. Also davon unbedingt klarer eine Unterscheidung treffen zwischen klassischer KI, Machine Learning und jetzt dieser generativen KI mit Chatschipiti. Also werden wir nun als kluger Investor nicht mehr in diese Hype-Aktien, die hochvolatil sind, investieren, sondern vielleicht unsere Strategie ändern auf die Unternehmen der zweiten Reihe, die am Ende aber vorne stehen werden, weil sie von egal welchem Trendwachstum profitieren. Sie müssen nicht die neueste Technologie immer an der Spitze machen. Ihnen ist egal, wer am Ende die beste KI erstellt, sondern sie profitieren egal davon, wer nun auf den Markt geht. Gleichzeitig schließen wir also mit der Erkenntnis ab, dass ein guter Investor vielleicht den echten Wert nicht immer nur bei dem offensichtlichen sieht. Und du hast nun auch gesehen, dass eine strategische Denkweise mit solchen Beteiligungen auch im Bereich von KI hier einen Vorteil liefern kann. Wir freuen uns, dass wir mit Alphastar in den Depots sehr gut aufgestellt sind, um solche Trends zu profitieren. Ich möchte aber auch klar sagen, der Trend geht schnell voran. 79% der Führungskräfte sagen nach einer Deloitte-Studie bereits, dass sie innerhalb der nächsten drei Jahre generative KI der Chatschipiti und Co. einsetzen werden und dadurch signifikante Veränderungen in ihrem Unternehmen erleben werden. Wir sehen das genauso. Wir sehen zum Beispiel, dass Gantner, die eine große Meinungsumfrage oder eine Meinungsbildungsagentur, gerade im technologischen Bereich, nun vorhergesagt hat, erst 20% Suchvolumen auf Google innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre eintrechen sollte. Ein sehr realistisches Szenario, wenn man sich die Praxis in Unternehmen bereits anschaut. Und für strategische Investoren ist es nun also an der Reihe, Geschäftsmodelle abseits der Linie, abseits des Mainstreams anzuschauen, die hier beeinflusst werden können. Unternehmen, die lange nicht gesehen wurden, könnten aufblühen und uns zu großen Chancen verhelfen. Vor allen Dingen, wenn sie vielleicht zum Beispiel als langweiliger Maschinenbau oder vielleicht ein kleiner Teile-Lieferant in einem großen Rahmen war, wo wir bisher gesagt haben, das ist noch nicht das große Spiel, in dem man damit spielt. Das ist wertlos und plötzlich könnten unbedeutende Sachen ganz an die Spitze gehen. Also wird die KI, vor allem generative KI, unseren Markt deutlich beeinflussen. Wir sollten uns auch persönlich in unserer Art und Weise, wie wir Geldanlage sehen, auf jeden Fall deutlich werden, dass es auch hier Änderungen gibt. Kurzfristiges Trading wird ein Mensch immer weniger gewinnen. Ich war noch nie ein Fan davon, wer diesen Kanal kennt. Und gleichzeitig werden wir aber auch, wie gesagt, in unserem Bereich sehen, dass diese transformativen Herausforderungen am Markt deutlich werden. Lasst uns also KI-Lösungen nicht nur für uns selber nutzen, was natürlich selbstverständlich ist, sondern auch sehen, dass zum Beispiel durch Umschulung von Menschen neue Jobs entstehen, die eine Amadeus Fire zum Beispiel in die Karten spielt, aber eben, dass sich Technologie in den Unternehmen ändert. Mit dieser Erkenntnis sind wir in der Lage, langfristig zu investieren, aber bitte auch mit der Vorsicht, dass Unternehmen, die wir investieren, und das könnte bei den großen Playern sehr interessant werden, dass hier die entsprechende Governance gehalten wird. Dass also nachhaltig KIs aufgebaut werden, die nicht gefährlich sind, die nicht Schaden verursachen und die dafür sorgen, dass wir wirklich besser arbeiten. Wer hier ein großes Fauxpas erlebt, könnte von den großen Playern einen sehr starken Rückschritt erleben. Wenn hier irgendetwas Schlimmes passiert, weil eine der KIs etwas Verrücktes anstellt oder Teil eines Verbrechens wird oder Ähnliches, dann sind das Gefahren, auf die wir achten wollen. Ein weiterer Grund für mich, nicht auf den Endanbieter selber zu gehen, denn die Macht der KI ist stark, sondern auf die Lieferanten und die Lieferanten der Lieferanten. Ich freue mich, wenn wir über diese vielleicht auch in Zukunft noch sprechen können. Wir werden auf jeden Fall mit KI hier immer am Ball bleiben, denn wir schauen seit über einem Jahr im Unternehmen nun regelmäßig genau darauf, was die neuesten Trends sind und was hier passiert. Und wir werden bei Alphastar natürlich auch solche Aktien im Depot finden. Es freut mich, wenn dich das etwas bereichert hat, die Denkweise auf KI und auch die Investmentstrategie anzupassen. Und wenn wir uns bald wiedersehen, mit dem grundsätzlichen Ansatz immer nur zu investieren, eigentlich nie zu verkaufen und stärker zu investieren, wenn es Chancen gibt, die wir ergreifen sollten. Und vielleicht ist jetzt gerade eine solche Chance.